Servus Leute und willkommen zu diesem kleinen kurzen knappen Video. Dieses Video sollte nur ein kleines Infovideo werden, weil ich habe ein paar kleine Informationen für euch oder auch Ankündigungen, sage ich mal, die ich euch erzählen möchte. Es sind nicht viele, aber es sind sehr interessante Informationen, die euch bestimmt sehr interessieren werden. Und zwar habt ihr es vielleicht schon bei manchen anderen Booktypern gesehen. Es gab ja bereits eine Staffel Bookshopping Queen und jetzt gibt es auch noch eine zweite Staffel von Bookshopping Queen. Und bei dieser nehme ich auch teil. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Und die zweite Staffel startet am 26.10., also am 26. Oktober. Und ich bin auch mit dabei. Und mit dabei sind unter anderem auch noch neun weitere, natürlich. Unter anderem sind dabei Booktown, Schockigirl 1989, Seitengeknister, Lisa Akromantulla, Ex Libris Lisa, Books Whisper, Nini Schockibooks, Kapitelchen und auch noch Steffis Kleine Bücher Express. All ihre Kanäle findet ihr in der Infobeschreibung. Mein Video kommt am 30. Oktober, also ich bin Nummer 5. Und ich freue mich drauf, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Ich habe mein Paket schon bekommen und ausgepackt und ey, ich freue mich so auf die anderen Videos. Und ich freue mich, Teil dieser kleinen Aktion zu sein. Und ich finde es auch total cool, dass es eine weitere Staffel gibt. Das war die erste Ankündigung, die für Oktober jetzt ansteht. Dann habe ich noch eine Information zu meinem sozialen Netzwerk. Zu einem sozialen Netzwerk, das ich momentan sehr aktiv benutze, nämlich Snapchat. Ich verlinke euch hier meinen Snapcode mal hierher. Ihr könnt mich gerne adden, ich bin da momentan sehr aktiv. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was ich gerade lese oder was ich so mache in meiner Freizeit, dann könnt ihr mich gerne adden und auf dem Laufenden bleiben. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich folge auch meistens zurück. Dann habe ich schon mal ein Video dazu gedreht, nämlich möchte ich nochmal blutige Fragen drehen. Ich habe zwar schon ein paar Fragen zusammen, aber ihr könnt mir immer noch Fragen stellen unter Ask. Ich verlinke euch immer meine sozialen Netzwerke, auch Ask, in die Infobeschreibung. Da könnt ihr mir Fragen stellen, wenn ihr wollt. Würde mich sehr freuen, wenn da noch ein paar Fragen zusammenkommen. Ihr könnt mir auch in Facebook schreiben, unter den Kommenten, unter diesem Video Fragen stellen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich verlinke euch auch das blutige Fragenvideo hier oben bei dem kleinen E. Da könnt ihr es euch anschauen und mir Fragen stellen unter diesem Video. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dass da noch etwas zusammenkommt, damit das Video nicht nur 5 Minuten lang ist. Und dann noch eine Erkündigung für nächstes Jahr. Ich plane nämlich für 2016 eine Monatschallenge. Also jeden Monat eine Aufgabe, die irgendwie zum Monat passt. Und da arbeite ich dann irgendwann dran. Und dazu wird es aber auch noch ein Video geben. Aber damit schon mal informiert seid, dass es irgendwann, dass es auf jeden Fall nächstes Jahr eine Challenge von mir geben wird. Eine Monatschallenge. Also eine Aufgabe zu jedem Monat, die erfüllt werden soll. Nehmen wir zum Beispiel Februar. Im Februar ist Fasching oder Karneval. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, lest ein Buch, in dem ein Clown zum Beispiel eine Rolle spielt. Weil auf Karneval, da passen irgendwie Clowns sehr gut. Oder sowas in der Richtung auf jeden Fall. Irgendwas, was zu dem Monat irgendwie passt. Oder irgendein Buch in einer Farbe oder sonstiges. Was da eben halt so passt. Wenn ihr Ideen für Aufgaben habt, könnt ihr mir die gerne schreiben. Wenn ihr Ideen habt für irgendeinen Monat, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Vielleicht nehme ich die mit auf. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich mache im 2016 eine Challenge, damit ich vielleicht mal etwas mehr lese. Und vielleicht auch mal Bücher lese, die vielleicht schon ewig auf dem Sub liegen. Es können auch mal Aufgaben sein, die jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Monat passen. Sondern zum Beispiel irgendwie eine Aufgabe in einem Monat. Zum Beispiel lese eine Subleiche oder sowas. Kann ja auch vorkommen. Muss nicht unbedingt immer zwingend zum Monat passen. Aber auf jeden Fall. Das steht in nächster Zeit auf jeden Fall an. Das war jetzt ein ganz, ganz kurzes Infovideo. Ganz kurz. Ihr könnt mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Freut ihr euch? Genauso wie ich auf Bookshopping Queen Staffel 2. Oder benutzt ihr Snapchat. Stellt mir Fragen in die Kommentare. Brauche ich unbedingt. Sonst kann ich das Video nicht unbedingt drehen. Oder es wird ein sehr kurzes Video. Und ansonsten könnt ihr wie gesagt da oben das Video zu den Blutigen Fragen finden. Und damit war es das. Und meine letzten zwei Videos könnt ihr da auch finden. Dann könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sage ich jetzt auch Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Servus Leute. Ihr solltet, das Video sollte nur ein kurzes Ankündigungsv... Äh Info... Brrrr. Also am 26. Brrrr. Das ist... Der Montag in... Der Montag in... Was ist der? Das ist der... Samstag... Das ist der... Montag in zwei Wochen. Startet die zweite Staffel von Bookshopping Queen. Ich verlinke euch auch das Blutige Fragen hier noch wie... Ich verlinke euch one. Ja... Biston... Bistrorobo... Bistrorobo. Bis zum nächsten Mal.